Hallo, heute ist Donnerstag, der 15. August 2024. Laut dem Bericht von Webseiten www.mainviswai.com möchte ich Ihnen nachrichten Ihnen sagen, was müssen Sie wissen über das Resultat für die Wagen im August 30. August 2024 im Bundesstaat Schwerdmonton der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist die Wagen, um die wichtigen Personen des Bundesstaats Schwerdmonton zu entscheiden. Die Leute des Bundesstaats Schwerdmonton sind bei den Wagenkannen gegangen, mit der Absicht, seine Stimme zu abgeben, um den Vierer im Bundesstaat Schwerdmonton zu entscheiden. Nach der Aktualisierung ersetzt es von einer Frau, Esther Charleston, von der Stadt Mitterberry des Bundesstaats Schwerdmonton, die eine Nominierung von den demokratischen Personen für die zweite Wahl im November 2024 gewonnen hat. Nach der Aktualisierung wird der Vierer von heute für Scott des Bundesstaats Schwerdmonton als Kandidaten für seine Position von heute in dieser Wahl im November bleiben.